Gute Morgen! Schneller, 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 schneller. Sven, was ist dir beim Training mit den Kindern wichtig? Was wichtig ist, dass man immer was lernt. Egal welches Niveau man hat, ob man Mädel ist oder Junge oder man sechs Jahre oder zwölf hat. Es ist ein bisschen Spaß. Rechte Hose! Weiß! Habt ihr alle den richtigen Fuß genommen? Kurz hierbleiben. Alle Welle sammeln. Eine fehlt noch, sehe ich. Da geht noch ein Ball. Gut, super. Habt ihr hier eure Trinklage gestellt? Ja. Dann nehmen wir kurz unsere Trinklage. Aufpasst jeder! Und auf! Pass! Trick! Wie gefällt es euch denn bisher? Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das freut uns. Was macht euch denn besonders Spaß? Oder was macht euch vielleicht am meisten Spaß? Das Techniktraining? Dass wir ein netter Trainer hier sind. Nette Trainer? Ja. Schmeckt's euch? Ja! Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, mir gefällt es bis jetzt gut. Ähm, es sind, ja, machen fast, also manchmal Spiele und ein paar Übungen. Das ist gut. Siehst du gut? Und der Can, was gefällt dir an dem Training? Mir gefällt es, dass wir hier immer Torschuss machen. Okay. Und dass wir immer Spiele am Ende machen. Spiele am Ende? Die immer sehr gut ausgehen. Ja. Zum Beispiel jetzt 11.10. 11.10. Und das Mittagessen? Wie gefällt das? Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Super. Danke an Sponsor für das Mittagessen. Und ja, jetzt heute Nachmittag gehen wir nochmal dran. Wir machen das. Und jetzt geht's wieder ins Training. Komm. Ja. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Alles um den Weg. Alles um den Weg. Ihr seht, links und rechts habe ich ein Tor hingestellt. Und dann macht ihr aber einen Torschuss bzw. einen Passtor. Okay? Ja. Nein, nein, nein Gott. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Adrian. Durch. Durch. Jawohl. Halt zurück. Schneller. 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 Wie geht ihr schon da? Ja. 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 K trends! Die Olympia ist ein Tor. Danns oder ich druggraächel Place ab. So ist Rester K Commander wieder bombardiert? Was? ARD Text im Auftrag von Funk Hast du Spaß gemacht? Ja! Erstmal Dankeschön, hat richtig Spaß gemacht. Absolut gearbeitet, auch versucht, Dinge auf Bucke zu sitzen. Denkt daran immer, hören, was die Trainer sagen. Hast du dir Spaß? Ja! Ja!